Ja, Daniel Streit, wie haben Sie es geschafft, den Cup-Finalfluch endlich zu versiegen? Wir mussten die ganze Woche kämpfen, das haben wir gehofft, das ist uns gelungen. Wir mussten wieder aufstehen. Aber war es schwer, sich nochmal aufzutrappen? Nein, es war ja nicht so, dass wir völlig abgelaufen sind. Okay, wir hatten Pech in dieser Serie, wir sind froh gekommen, das haben wir heute schon gewonnen. Mit welchen Plan seid ihr in diesem Match? Jeder geht füreinander, jeder kämpft, was er kann. Das ist uns gelungen und so können wir weiterfahren. Am Schluss hat es aber gleich nochmal diesen Streit gebraucht, wenn Penalti hält und sonst noch 2-3 Fische. Ja, ich dachte, wenn ich schon aufhören muss, wenn ich schon aufhören, dann ist er so. Ja, ich hätte mir sonst nicht zur Zeit mit einer schlechten Leistung aufzuhören. So kann ich gehen. Es ist definitiv Schluss, versprochen und fix fertig. 5. Liga oder so etwas gibt es noch. Irgendetwas, aber nicht mehr wieder im Goal. Dann kommt es Weihnachten. Jetzt, wie gehen wir feiern? Mal schauen, Sie wissen schon, wie das geht. Von dem her kommt es sicher noch für Sie sein.